Oft stehen wir Frauen vor dem Kleiderschrank und fragen uns, was ziehe ich heute an? Einerseits soll die Kleidung bequem, aber andererseits auch modisch und sexy sein. Seit einigen Tagen gibt es in der Muldestadt in der Peterbräuer Straße 31 ein neues Geschäft, welches sicher die Herzen so mancher Frau höher schlagen lässt. Wir waren am Montag dieser Woche einige Tage nach der offiziellen Eröffnung vor Ort und sind mit der Inhaberin ins Gespräch gekommen. Die junge Frau ist vor zwei Jahren mit ihren beiden Kindern aus der Ukraine nach Zwickau gekommen. Sie hat in ihrer Heimat bereits Mode verkauft und wagt nun hier in Zwickau den Start in die Selbstständigkeit. Es ist etwas Neues für mich. Ich möchte gerne die Mode, die ich aus der Ukraine kenne, den Menschen hier näher bringen. Was ist das Besondere an der Mode, die du hier vorstellst? Wer ist Ansprechpartner? Sind es nur die jungen Menschen oder vielleicht auch die Frauen im gestandenen Alter? Frauen sind ja alle schön. Wir hier im Laden versuchen, für alle Frauen, ob jung oder alt, das Passende zu finden. Und was man hier in dem kleinen schicken Laden alles vorhält, das haben wir uns dann einmal angeschaut. Wir haben hier ein wunderschönes weißes Kleid. Das Besondere daran, es kann jede Frau tragen, denn es zeichnet eine wunderschöne Figur. Ob bei der Arbeit oder am Abend zum Ausgehen, es passt zu jedem Anlass. Und es ist schon etwas sexy. Also man könnte das auch mit Highheels, aber genauso mit Tonschuhn tragen. Auch dieses schwarze Kleid kann Mädchen oder Frau tragen. Dieses Modell ist aus Seide. So was kann jede Frau in ihrem Schrank haben. Es ist leicht und sitzt auch schön. Könnte man natürlich auch zu einer Lederleggen tragen. Natürlich. Also man kann den Look variieren, wie man will. Wenn man größer ist, dann sieht das aus wie eine Tunika. Ist man kleiner, dann ist es ein kurzes Kleid. Kleider mit Dekolleté haben wir auch. Die Modelle gibt es in verschiedenen Farben. Ins Auge stachen uns auch raffiniert geschnittene Bodies, die gerade in die aktuelle Zeit passen, wo Frau gerne mal eine Party besucht. Außerdem gibt es noch Lederhosen, Jeans und Dessous von sportlich bequem bis verführerisch. Und die Preise für die verschiedenen Teile sind absolut erschwinglich. Haben wir sie neugierig gemacht, dann schauen Sie doch einfach mal rein bei den netten Mädels in der Peter-Breuer-Straße und werden vielleicht fündig. Das ist nicht nur was anderes. Das ist, als es hilft. Vielen Dank.